Datenschutz ist wichtig und zudem leider auch etwas umfangreich. Für Unternehmen, Startups, kleine und große, stellt sich da die Frage, was müssen wir tun, um datenschutzkonform personenbezogene Daten zu verarbeiten. Heutzutage hat so gut wie jedes Unternehmen eine Website. Unbedingt erforderlich sind deshalb ein vollständiges Impressum und eine passende Datenschutzerklärung. Mehr zum Inhalt eines Impressums erfahrt ihr in unserem Video dazu. Es reicht beim Datenschutz aber nicht aus, einfach eine Datenschutzerklärung zu veröffentlichen und dann vermeintlich rechtmäßig Daten von Kunden zu verarbeiten. Auch Mitarbeiter im Homeoffice müssen sich an den Datenschutz halten. Mehr dazu in unseren Videos. Last but not least sind technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich, die wir euch in unserem Video zu den TOMs zeigen. Ganz allgemein sollte jedes Unternehmen auch eine interne Richtlinie zum Datenschutz besitzen, die sie dann an ihre Mitarbeiter ausgeben können.